Jetzt würde ich sagen, dass wir eine kurze Fragerunde einbauen, wenn wir uns noch diese 15 Minuten Zeit nehmen. Meine Kollegin Diana würde rumlaufen mit dem Mikrofon. Das Mikrofon brauchen wir, damit unsere Leute, die zu Hause folgen, auch die Fragen hören und nicht nur die Antwort. Am besten würden die drei Referenten gerade nach vorne kommen, denke ich wäre am einfachsten. Einfach aufzustrecken, wäre die Möglichkeit, die Wette zu nutzen, um diese drei Fragen zu stellen. Dann schauen wir. Vielleicht ein bisschen auseinander, damit es nichts zu nehmen wird. Willst du es auch übergeben? Wir sind immer der Gene, wenn wir es heute nicht. Ich habe eine Frage bezüglich Depressionen und ... Hier. Ist gut? Eine Frage bezüglich Depressionen und ... Dann geht's. Vielleicht müssen wir es auch mal abschappen. Aber wir reden nicht. Ist gut? Ich höre Sie gut, ich kann sonst die Frage auch wiederholen. Ich habe eine Frage bezüglich Depressionen und ... ... Wie lange, also kann es sein, dass eine Colitis aktiv ist? Nicht spürbar, sichtbar aktiv? Bei einem Kind. Und mit der Pubertät, mit der ganzen Hormongeschichte, dann wird es dann aktiv werden. Also das Kind hat Depressionen, hat Angststörungen. Man weiss nicht warum. Und plötzlich ein massiver Schub kommt. Also ein Schub in der Colitis, wo man dann auch nicht die Diagnose stellen muss. Weil sie dann einen massiven Schub hat. Kann das sein, dass sie schon vorgängig ... ... dass das immer ein wenig im Darm innen gearbeitet hat? Also das ist meine Tochter ist der Fall. Und sie hat schon in der Unterstufe immer etwa Bauchweh gehabt. Man hat immer gesagt, psychisch, Druck, Schuhe. Sie war sehr sensibel gewesen immer. Und das ist für mich wahnsinnig im Kopf. Also ich studiere dort sehr daran. Nur hat sich in diesem Bauch schon lange etwas getan? Kann man das sagen oder nicht? Natürlich kann man das nicht sicher sagen. Aber wir wissen, dass eine Diagnose von solchen entzündlichen Darmerkrankungen sehr schwierig ist. Bauchschmerzen sind sehr häufig. Und jeder, der Kinder hat, weiss, dass Kinder einfach auch mal Bauchschmerzen haben. Und der Kinderarzt weiß das auch, dass Kinder mal Bauchschmerzen haben. Und wird das dann vielleicht auch nicht so ernst genommen haben. Eine richtige schwere Colitis ulcerosa hat dann einen blutigen Durchfall. Ja, das hätte sie tun. Genau. Und wenn man das dann hat, ist es für den Kinderarzt und auch für die Gastroenterologen ist es dann einfach. Wenn das Kind einfach Bauchschmerzen hat, ohne jetzt das Vollbild von der Colitis, kann das einfach sehr schwierig sein. Und es gibt auch Statistiken, dass die Diagnose einfach manchmal nicht gleich gestellt worden ist. Weil der Hausarzt vielleicht auch an irgendwelche anderen Sachen gedacht hat. Das ist in der Schweiz wahrscheinlich auch bei den Erwachsenen manchmal bis zu einem Jahr. oft ist es auch so, dass manchmal der Darm entzündet ist und die Beschwerden da gar nicht so mit zusammengehen. Oder dass sie sich selber Vorwürfe machen. Das kann man nicht ausschliessen. Es kann sein, dass das einfach leicht angefangen hat und dann aus irgendwelchen Gründen in der Pubertät dann häufiger geworden ist. Das kann man nicht ausschließen. Das typische Erkrankungsalter ist dann einfach ein spätes Teenageralter bis vielleicht 30. Das ist einfach das typische. Genau. Und dann ist das dann bei Ihrer Tochter wohl so gewesen wie in den Statistiken, die ich am Anfang gezeigt habe. Dass man bei einem Schub sehr viel häufiger Depressionen und Angsterkrankungen dann einfach hat. Möchtest du was ergänzen? Also was man halt sehr häufig sieht, ist die Diagnose. Also die Diagnose. Das ist etwas, was man selbst sehr häufig sieht. Crohn ist halt das Chameleon zum Beispiel. Es ist nicht einfach die Diagnose zu machen. Wir haben ja die 5 Patienten, die bei X-Gastretologen waren und dann dranbleiben, bis man die Diagnose machen kann. Vielleicht hat es jetzt über die auslösenden Faktoren. Einer hat es erzählt. Nein, das ist etwas, das wir in der Redstunde sehr vermutlich sehen, dass wenn die Patienten hineinkommen und sagen können, zum Beispiel, ja es ist jetzt eine enge Angewältigung gestorben, zum Beispiel jetzt hat es ein Major-Life-Event gehabt, dass mehr und weniger Tassen die Dinge ausbricht. Das ist etwas, das wir ständig beenden. Oder die Patienten, die hineinkommen, die sagen, ich habe nichts gezückt. In der Woche habe ich einen massiven Schwung. Weil ich habe z.B. Mühe gemacht. Massiv Stress gehabt. Es ist in die Uhr gegangen. Und es bewahrt jetzt eine Mehrheit mit den meisten Menschen. Und von daher hat die Latenz-Zeitung schon ganz richtig gedacht. Oder es kommt eben Awareness. Das ist das, was man am Anfang gehört hat. Vielen Dank. 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 Die Türen sind natürlich immer offen. Das ist so einfach von außen natürlich nicht zu sagen. Es ist oft so, dass gerade wenn man älter wird, 50, 60, 70, dass dann Crohn und Colitis eher milder werden. Und es kann sein, dass sie dann vielleicht überhaupt kein Medikament mehr brauchen. Und dass dann die Blutentnahme beim Hausarzt, der immer fragt, wie es mit den Beschwerden geht, durchaus vernünftig ist. Aber es kann natürlich auch anders sein. Deswegen ist es schwer zu sagen. Was Sie natürlich auf keinen Fall vergessen sollten, ist, dass Sie immer mal eine Darmspiegelung brauchen. Weil wenn man Colitis ulcerosa oder Crohn gehabt hat, ist nachher gerade auch, wenn man etwas älter wird, das Risiko für einen Darmkrebs erhöht. Also da brauchen Sie uns, also Frank Seibold, Christoph, irgendjemanden von uns, irgendeinen Gastroenterologen. Aber der Hausarzt kann auch schon viel. Möchtest du was ergänzen? Es ist ja so, also sehr häufig kommt es auch darauf an, bezüglich den Hausärzten, häufig kennen wir die. Und manchmal haben wir ein Agreement in Anführungszeichen. Der Patient kommt, ich meine, alle halben Jahre zu uns, kommt mal zum Hausarzt. Und zum Teil, es kommt darauf an, wie eng das wir die Hausärzte kennen. Und dann sagen wir Ihnen, was Sie bitte anschauen sollen, was das Labor angeht. Wir sagen, dass es den Patienten zum Beispiel auf Lumira sind. Und dann kommt es sehr darauf an, wie gut es den Patienten geht. Ich habe Patienten, die sehe ich einmal pro Jahr und die anderen Male sieht der Hausarzt, die Patienten. Ich sehe gewisse Patienten, die sehe ich wöchentlich. Das ist meistens nicht so gut, weil sie halt eine stärkere Aktivität der IBD haben. Also von dem her ist es eine Frage der Aktivität. Und dann kommt es darauf an, haben die Patienten Chormorbiditäten und andere Erkrankungen. Zum Teil für gewisse junge Patienten sind wir eigentlich Hausärzte, die kennen wir seit zehn Jahren. Solche, die dann nachher viele Nebenerkrankungen haben, die kommen zu uns, aber gehen auch zum Hausarzt und haben wieder einen intensiven Austausch. Also sicher, sicher sinnvoll, wie Benni gesagt hat, dass Sie einen Gastroenterologen mal sehen, dass Ihr Hausarzt einen Gastroenterologen seines Vertrauens hat, mit dem er idealerweise auf dem Telefon per Speed-Teil anrufen kann und fragen kann, wie geht es meinen Patienten und was soll ich machen, dass der erreichbar ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Kommunikation stimmt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Gastroenterologen, dass er den kennt. Und dass Sie mit dem Gastroenterologen, den Sie haben, zufrieden sind und dass Sie sich wohlfühlen. Wir sind alle unterschiedlich. Genau. Auch mit Ihrem Hausarzt sollen Sie sich wohlfühlen. Genau. Danke. Ich hätte noch eine spannende Frage vom Livestream-Publikum. Und zwar ist das ein Patient, der nimmt Remicade, der Nutzen scheint nicht mehr so gut zu sein. Also ihm geht es vermutlich nicht mehr ganz gut. Er fragt, ob in diesem Falle diese neue Kombi-Therapien überhaupt in Frage kämen oder ob da dann Remicade komplett wegfällt. Die Kombi-Therapien sind bis jetzt nur im Rahmen von Studien verfügbar. Und das hat Frank Seibert schon erzählt. Das ist die sogenannte Duett-Studie. Die wird im April oder im Mai sowohl bei Intesto als auch im Inselspital bei Bern eröffnet. Und dann kann man als Patient natürlich in die Studie eingeschlossen werden. Und es gibt die Chance, dass man dann eine Kombination von zwei Medikamenten allerdings im Rahmen einer Studie erhält. Und mit Studien gibt es auch Placebo-Armen. Das müsste man sich genauer angucken. Und natürlich auch, wenn Remicade einfach jetzt am Anfang gut gewirkt hat und nachher die Wirkung verloren hat, ist der Studieneinschluss natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Man kann auch Medikamente wechseln. Es gibt jetzt glücklicherweise viele Medikamente. Man könnte vielleicht einfach ein anderes Biologikum probieren, wenn man nicht an dieser Studie teilnehmen möchte. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man auch die Medikamente ausreizt. Zum Beispiel beim Remicade. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man schaut, dass man nicht die Antikörper bildet. Und dort, idealerweise, macht man gleich am Anfang, wenn Patienten fit sind, wenn sie nicht in dem Sinne schwere Infektionen gehabt haben, dass man bei Therapie, zum Beispiel, ich habe vorhin eine Studie von Jean-Frédéric Golombel gezeigt, dass man da eine Kombinationstherapie macht, dass man nicht Antikörper produziert und das Medikament nachher nicht mehr funktioniert. Oder? Und was wir häufig machen, ist, mit der DSO, einfach in dem Sinne, dass wir Medikamentenspiegel messen, dass wir schauen, ob es genügend Remicade im Blut gibt. Manchmal ist die Dosis unterdosiert. Das kann man nachschauen. Man kann schauen, ob es Antikörper gibt. Wenn man die früh genug findet, kann man mit einer Co-Therapie, zum Beispiel mit der Methotrexate oder mit Azatoprien, kann man je nachdem die Antikörper reduzieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Medikament nicht über Bord wirft, sondern dass man weiss, was man macht. Genau. Optimieren oder wechseln und studieren. Es gibt viele Möglichkeiten zum Glück. Ich brauche das. Ich brauche das. Für das Publikum zu Hause. Ich hatte nach einer recht schweren Erkrankung Entzündung, wobei die Entzündung war auch im Bein, war ich im Spital vor anderthalb Jahren und hatte innerhalb 14 Tagen zweimal eine Darmspiegelung. Jetzt schlägt der kontrollierende Arzt mir wieder eine Darmspiegelung vor. Ist es sinnvoll, nach so kurzer Zeit schon wieder eine Darmspiegelung zu machen? Oder in welchem Intervall sollte man das etwa machen? Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich meine, viele Patienten, die zu uns kommen, haben eine ständige Darmspiegelung. Das ist definitiv nicht der Plan. Das ist definitiv nicht der Plan. Was man machen möchte, ist, dass man die Diagnose stellen möchte. Man möchte die Diagnose endoskopisch und histologisch stellen, also feingewäblich. Dass wir in dem Sinne sagen können, welches Medikament wir und sollen wir geben, weil wir auch Nebenwirkungen haben. Aber dann möchten wir eure Ruhe an mit Endoskopie. Wann möchten wir dann wieder Endoskopie machen? Nach sieben bis acht Jahren. Warum? Weil wir nach Dysplasie suchen. Ich kann euch vorstellen, wenn es eine Entzündung über viele Jahre gibt, wird sich das Gewebe verändern. Wir möchten sicher sein, dass er keine Gewebesveränderungen im Darm hat. Wir möchten das ausschliessen, das finden und dort dann Krebs verhindern. Das ist, warum wir eine weitere Endoskopie machen. Also im Idealfall habt ihr eine erste Endoskopie bei Diagnose und nach sieben bis acht Jahren keine mehr. Wenn wir eine Endoskopie machen in der Zwischenzeit, machen wir das nur, wenn wir wieder etwas haben. Das ist merkwürdig. Zum Beispiel, euch geht es wunderbar und die Werte sind eine absolute Katastrophe. Das Kalprotektin ist ungefähr 5'000. Und euch geht es wunderbar, wenn es eine Diskrepanz gibt und wir kommen nicht daraus, dann müssen wir vielleicht nachschauen. Die Umgekehrte ist auch der Fall. In diesem Sinne, euch geht es miserabel und die Werte sind wunderbar. Dann stellt sich die Frage, was los ist und dann müssen wir nachschauen. Aber wie schon gesagt, innerhalb von einer Woche, das ist nicht der Plan. Die Überlegung ist wirklich, wir lassen sieben bis acht Jahre in Ruhe. Ich bin hundertprozentig einverstanden. Für eine Endoskopie braucht es eine ganz klare Frage. Und wenn sie der Gastroenterologe überzeugen kann, es gibt eine ganz klare Frage, genau wie Christoph das gesagt hat, dann ist das in Ordnung. Und wenn es keine ganz klare Frage gibt, dann kann ich zumindest ihre Zweifel nachvollziehen. Da hinten hat es noch jemand? Dann würden wir den Abschluss machen. Super. Also Sie haben eine Vorlaufzeit bezüglich, was für ein Nahrungsmittel hilft und was hilft nicht bei Morbus Crohn. Und meine erste Frage, wie gleichgültig wird sie das für Colitis ulcerosa einschätzen? Und ergänzend dazu, wie sinnvoll sehen Sie das Test für Nahrungsmittel, Unverträglichkeit oder für Allergien? Das ist sehr interessant, weil das zwei Fragen sind, die relativ auf der Zunge brennen bei vielen Patientinnen und Patienten. Zur ersten Frage, es gibt erste Daten, dass es bei der Colitis ulcerosa mit Ernährung doch einen gewissen Effekt erzielt werden kann. Die sind nicht so etabliert und so gut wie bei Morbus Crohn, wo wir aus der Kinderheilkunde einfach viel länger auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und auf viel mehr Studiendaten. Aber es gibt erste Daten, dass es da wohl auch Diätprotokolle gibt, die helfen. Zur zweiten Frage, habe ich eine recht klare Meinung, ich halte davon gar nichts. Also diese laborchemischen Diagnostik auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die müssen häufig privat bezahlt werden, werden von großen Laboren zwar angeboten. Ich habe noch nie eine einzige Patientin oder einen Patienten gesehen, bei der das in irgendeiner Weise meinen Prozedere beeinflusst hätte. Das sind Werte, die teils auch gar nicht damit korrelieren, ob man wirklich ein Nahrungsmittel nicht verträgt oder eben schon. Es gibt eigentlich nur einen Test, das überhaupt herauszufinden und das ist die Exposition, also das Nahrungsmittel zu sich zu nehmen oder eben nicht. Und nur wenn in diesem Test jetzt rauskommt, man hat vielleicht Antikörper gegen Wassermelone zum Beispiel. Aber wenn man nicht darauf reagiert, dann ist das für mich kein Grund, da eine Allergie zu unterstellen. Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber... Ich würde es genauso sehen. Also ich sehe das genau gleich, was die Allergien angeht. Und wie du gesagt hast, es ist genauso. Oder bei Colitis ozerosa gibt es wenig Daten. Es gibt Daten bei der akuten Asuka, also Acute Severe Ossertive Colitis, im akuten massiven Schub. Die Daten, die jetzt gerade in Dänemark wieder gezeigt worden sind. Das sind Leute, die einen schweren Schub haben, dass sie durch eine Elementardiät, durch eine Flüssigdiät in diesem Sinn profitieren, aus diesem Schub mit Cortison rauszukommen. Genau. Und noch eine Ergänzung. Wenn der Darm entzündet ist, dann verträgt man verschiedene Dinge viel schlechter. Zum Beispiel Laktose, der Milchzucker. Wissen wir, dass wenn der Darm entzündet ist, das Enzym ist ganz auf der Spitze von den Zotten und das ist dann einfach weg, wenn der Darm entzündet ist. Und dann werden sie in dieser Zeit Milch schlechter vertragen. Aber das heißt nicht, dass die Milch die Entzündung grundsätzlich auslöst. Und wahrscheinlich, wenn nach Therapie zum Beispiel einem Jahr vielleicht noch später alles besser ist, der Darm nicht mehr entzündet ist, dann können sie wieder Milch vertragen. Also man muss unterscheiden, welche Nahrungsmittel man nicht verträgt, weil der Darm entzündet ist und welche Nahrungsmittel nachher die Entzündung auslösen. Das sind die, die Niklas gesagt hat auf seinen Folien. Gut, dann ist das das gewesen. Ich danke ganz viel den drei Referenten. Ja, jetzt noch ein kleines Schlusswort. Ich möchte allen danken, die da waren. Es war wirklich eine Freude für uns, dass der Saal wieder so voll ist. Wir konnten in den letzten Jahren das nicht mehr geniessen und auch nicht mehr durchführen. Wir konnten alles virtuell gemacht. Das ist super, aber das hat einen ganz anderen Impact auf uns. Ich denke auch für die Referenten ganz anders, wenn man vor den Leuten steht. Und es hat auch ganz viel Spass gemacht. Ganz viel Spass. Zum Abschluss noch vielleicht zwei Infos. Da hinten hat es auf dem Tisch ganz viel Infomaterial. Die, die es nicht kennen, dürfen dich bedienen. Es ist alles kostenlos. Sie können es gerne mitnehmen. Das ist das, was unsere Vereinigung an Informationen herausgibt. Für die Betroffenen, für die Angehörigen. Da kann man wirklich ganz viele Infos herausziehen. Jetzt haben wir noch einen kleinen Upper organisiert. Wir müssen allerdings zwei Stücke hoch ins 1. OG. Der Raum Bove, heisst er. Also man kann mit den Stegen einfach wirklich auf oder mit dem Lift. Und da sind alle herzlich eingeladen. Und danach wünsche ich eine gute Heifahrt und ein schönes Wochenende. Danke.